Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hallo, ich bin wieder vom Einkaufen zurück Hans. Moin. Was gibt's heute zu essen? Linsensuppe. Bitteschön, ich hoffe die schmeckt dir. Danke. Noch mal zu den Fohlen. Das ist ein super Fohlen, das behalten wir. Was? Das kommt zum Schlachter, das kann gar nicht. Das kommt aber trotzdem nicht zum Schlachter, das bleibt bei uns. Und wenn's nicht zum Schlachter soll, dann verkaufen wir's. Gib mir acht Jahre Zeit, dann hast du nur eins davon. Wer's glaubt, wird selig. Das ist mit dem rechten Fuß über die Diele gelaufen, das ist super. Gib mir acht Jahre Zeit und ich zeig dir, was aus dem Pferd gemacht wurde. Abgemacht? Acht Jahre. Ich hoffe Wurst. Guck mal Hans, das ist doch ein tolles Fohlen. Das verkaufen wir nicht. Das ist richtig toll. Wenn das was wird, dann bin ich richtig toll dafür. Wow, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Acht Jahre und ich hab ein tolles Pferd aus ihr gemacht. Deshalb niemals Pferde zum Schlachter geben. Merkt dir das, Bruder? Ja. Ja. 4. 5. 26. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 2. 3. 3. Untertitelung des ZDF, 2020